ich schaffe ja überhaupt nichts so jetzt komme ich mal zu dir rein ich mache schnell mal ein bisschen aber hier unten gibt es kupfer das gibt mal kurz den controller in der kiste gibt es kupfer baren drei stück was du auf gar keinen fall brauchst ist im moment das hier den würde ich aber das brauchst du nicht pass mal auf jetzt gehen wir mal du gehst jetzt mal an die hier ist die kiste so was du nicht brauchst das schmeißen in die kiste das brauchst du nicht das brauchst du nicht die vätern die nehme ich raus das brauchst du nicht das kann da rein das kann da rein die die nämlich auch raus die vier schnee brauchst du nicht die präzise fessel brauchst du nicht die haken die brauchst du bestimmt und mal hier ein super starker zombie arm der macht 13 schaden und hat da unten noch mehr tempo krisis und mehr schaden der ist also richtig gut das kann da rein das kann da rein das kann da rein das kann da rein das was hat uns grad graus ne wasserplatz wolfram ziegel auch du hast was sind die hast du wolfram ziegel gebaut die seile kannst du behalten die gebe ich dir wieder die pilze brauchst du nicht die ketten brauchst du nicht das banner brauchst du auch nicht den barren die haken so hast du jetzt kannst du ganz viel einsamen schon mal und die sahen brauchst du auch nicht und das viele ja auf jeden fall die erinnerungstrenke raus damit kommst du automatisch nach zu hause ich nehme fast alles raus pass mal auf ich nehme mir alles was das also was ich nicht braucht die kupferbahn nämlich raus die pilze nämlich raus die pfeiler nämlich raus tränke tränke ja das kupfer kannst du auch nehmen ich habe ja die meisten Sachen schonen die linsen hier steht sogar ein fisch hier steht ein tisch und so eine fischstatur das bin ich ja voll hier ist eine vase die haben wir füllen ich habe eine öle entdeckt du ich habe hier wolfram beinschützer du kannst du dir anziehen ich habe die steine in den müll obwohl so die bomben die musste die rausnimmt die wolfram beinschützer okay samen okay so dann gehen wir da rein die die mal raus habe ich dir die gebaut letztes mal wahrscheinlich der jahr ist nicht angezogen genau die hatte ich dir ja gebaut und du hast du nicht angezogen ich habe totes kraut aber nicht den samen dazu ja das hast du gut gemacht aber jetzt habe ich die kaktusbein du machst du drück mal drauf die kaktusgamaschen jetzt drückst du R1 guck mal jetzt gehst du da unten auf das linke fußbein geh mal runter noch eins jetzt nach links hoch da hin so ich bräuchte übrigens schöne brautschuhe ich habe kaktusschuhe immer noch an das behalten wir mal den egelwitz behalten wir mal auch das können wir alles gut brauchen Papa ich habe hier gerade noch etwas kleines gefunden und zwar habe ich eine Höhle entdeckt warte okay pass auf ich das lassen wir jetzt in der Kiste drinnen die brauche ich nicht da hinten ist eine Höhle du hast recht wollen wir uns mal durch hier ist auch Kupfer was mal auf Kupfer lassen das lassen wir uns mal abbauen in Ruhe so ich verschütze dich das Ding ist wir müssen jetzt aufpassen das ist ja das Kind das ist verhärteter Sand alles klar aber wir wollten ja eigentlich zum Wasser du wir haben immer noch das Ziel Wasser aber ist denn nicht eine Höhle viel wichtiger naja es haben wir in gewisser Weise ist eine Höhle schon interessant da unten war was zu sehen dann ist gerichtet ach das ist die Höhle wo wir eh schon waren oder ja der war nie noch nicht okay hier ist es los da ist eine Statue und hier liegt ein Pfeil ach du muss mal auf da liegt ein Pfeil nicht dass da irgendwo eine Falle ist ich komm nicht durch hier renn dann nicht in der Falle es ist keine Falle ja alles klar da ist keine falle machen wir hier es wird gleich nach 8 8 mein kontroller aus dem mussten platt machen machen schnell platz du musst machen doch den heute noch mal bevor ich glatt bin warum geht das nicht das ist mein kontroller wieder aus es ist eine katastrophe es macht keinen spaß wirklich nicht was auch bleibt noch nicht weg du musst doch erstmal gesund werden muss sind ja alles erklären kommen ja kommt zu mir bleibt hier in der ecke werde schön gesund erst mal ja oder rennt da hoch wo die wo die feinde sind macht das einfach so hier sind doch kein alles klar so weiter gerade ich habe dann noch bleibe hier unten wenn doch nicht immer weg hier unten ist kupfer und guck mal was da unten noch ist da gerade wackelt was ich zeig dir das du bleibst jetzt schön hier stehen damit du gesund bist gleich ich brauche deine hilfe da ist nicht bloß in die bälle da ist eine höhe mit die bälle das heißt ich mache folgendes ich gerade das gleiche das kupfer ab wenn ich hier den sand weggeknallt dann lasse ich die da raus kommen und dann gehen wir hier hoch was wir gehen hoch bleibt oben die kommt gleich doch doch die will die ist nur doof die jetzt kommt der wüste ich bin begeistert ich habe den holz mehr ich habe den holz mehr ich kann also nur weiße kinder hast du holz ich habe doch noch alles gut ich habe guck mal hier ich habe noch hier millionen fackeln habe ich noch so was auf vier ich darf das nicht nach oben graben das ist weil eventuell der sand runter gefallen kommt und mich zerquetscht dann das kann also gefährlich sein hier ist noch mehr blei habe ich die fackel wieder abgebaut ich mache mir mal machen wir mal hier und dann nach unten ich zerstöre mal kurz die zwei warten da können heiltränke raus kommen das stimmt da war Seil da kam leider keiner wir sind also jetzt in der verderbnis und wenn ich auf die karte gucke oh da ist noch mehr aber wir waren hier wohl schon mal würde ich fast denken warte mal da unten waren wir schon mal so wie es hier aussieht kennt man sich ja schon aus was war das ein gräbel mehrere gräbel danke für die hilfe da unten fliegt auch schon wieder eine libelle drin rum wir haben schon das tier aus den augen verloren wir sind wir nicht am wasser gekommen ans wasser gekommen das schaffen wir einfach nicht nie schaffen wir das ans wasser aber was immer denn jetzt hier die hölle kennen wir schon da waren wir schon mal drin aber ich weiß es nicht wie und wann kann man da runter springen näher ich will aber ins wasser ich habe mich nach drüben durch hatte das heißt du schaffst ihn gegen zu kupfer gab uns durch vielleicht jetzt auch mal über den wolfram wieder das wäre auch mal achtung muss aufpassen so gefährlich dann kommt nämlich der ganze sand von oben ja kommt jetzt auch jetzt brauche ich von oben den ganzen sand ab das hat also keinen sinn käfer das haben wir aus den wurm da unten ja das muss man gucken wo wir waren zwar nicht ja auch doch mal licht hier ist der wurfer macht nicht genüßlich machen nach dem ich dir das soll ja licht hinsetzen hat das nicht vorbereitet auf dich heißt das ist also das war ja so mega total super easy du bist ein richter pranzkopf ey pranzkopf ey hier geht's durch hier geht's durch ich hoffe ich hoffe hier geht's durch das ist Wasser also auch Rainer mit dir Prinzessin du willst ja warm Prinzessin das ist keine Prinzessin was habe ich denn jetzt gerade wieder platt gemacht das war bestimmt nur ich mit meinem Stern oder so ne ne Achtung ich bin hier gefangen ja war das auch du mit deinem Stern ja das war doch so ein riesenurm war das doch schon wieder her ja ich glaube wir sehen nur noch so eine Würmer alles klar und wo kommt denn jetzt das Wasser her es kommt von oben wir sind direkt über Wasser ich glaube ich flute hier gerade was ist nicht mehr jetzt habe ich schon Angst gehabt ey dass ich hier was wegflute da drüben kommen wir raus gleich ich mach mal schnell Licht aber das war ein Armeisen super ja muss ich denn wirklich das so machen ich krieg die Krise ey das ist doch echt nicht wahr da vorne ist schon da so ein Fackel ist ach du schon da schon wieder irgendwo ja und die Bälle da drüben die ist aber schon verletzt von was ist denn die verletzt vielleicht als wir hier das letzte Mal waren schnell auf ihn schaffst du den alleine ja weil nämlich ich habe das Gefühl dass der mich gerade fast platt gemacht hat ja das sehe ich sogar ich versuche mal schräg nach oben zu buddeln 21 Lehm ooooh das ist ja super schnell wie ich mich hier heide ich kann dir 11 Pfeiltränke abgeben oder die Hälfte davon aber soll ich dir mal 5 Pfeiltränke abgeben kannst du das halt wie viel hast du 11 11 erinnerungsdurch oder wir machen es so ich gebe dir 5 ok ich gebe dir 5 dann habe ich 6 kannst du das denn ja ich kann das komm mal schnell hier runter schmeiß den da unten hin ich baue das halt weiter hier ab ich versuche mir mal mehr was an das war jetzt nicht so richtig ne genau das war nämlich falsch du musst L2 drücken jetzt sind sie ganz weg haben wir sie ein du musst L2 also du musst drauf drücken dann musst du L2 drücken genau jetzt kannst du aufs Viereck drücken und Papa drück Viereck wie machen wir das zurück ich wollte dir nämlich so 5 dann musst du nochmal aufs X drücken dann legst du die wieder alle hin ok da das Viereck drücken dann gehe ich sie mir holen oh so einfach ist das gar nicht wie du denkst immer ja 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 kann doch jeder spielen ich geh sie holen jetzt habe ich jetzt wieder du sollst sie dir auch nicht vor die Füße schmeißen dann komm doch mal da runter sobald du das beherrschst komme ich runter ich habe eine Quelle gefunden ich weiß jetzt woran es liegt hier war ein ganzes Weed so jetzt bin ich erstmal wieder hier durch den Dschungel durch 1 2 3 4 5 danke ach guck mal wen ich da reingelassen habe ich kann eben das nicht einsammeln weil ich bin voll warum bin ich voll dann schmeißen wir mal ein bisschen Sand in den Mist ach das mein Kontroller ist wieder aus ich schütze mich sowieso das ist der Wahnsinn ey ich habe gerade zwei drangenommen ich bin dumm ich bin so dumm kann passieren so warte ich schmeiße jetzt erst weg und zwar die Blumen die schmeiße ich in den Müll dann habe ich das die haue ich weg das haue ich weg Bleierd man heben natürlich oft die Pilze den Stein haue ich auch weg den vielen Schlamm heben wir uns mal auf den wir oben im Himmel brauchen die Ketten hebe ich auf diese Samen schon krass die Samen werden wir uns gut aufheben müssen Winsen Tränke ich habe gerade einen solchen Ameisenkäfer fertig gemacht ohne einen einzigen Schaden fertig zu kriegen einen einzigen Schaden habe ich nicht mal gekriegt danke übrigens für die Getränke ich haue mir die mal schnell hier oben in die Teile ja gleich die machen hier 50 Lehmzuchel wo bist du eigentlich komm schnell zu mir rüber hier ist ein Grabkriegel der zu dir kommt gerade ja das ist kein Problem der ist nicht stark ne der ist nicht stark jetzt sind wir wieder im Dschungel im Dschungel ich will aber nicht in den Dschungel ich will eigentlich ins Wasser ich bin nicht runtergestupft das auch das war dieser blöde Amarii ich glaube hier unten ist Wolfram ja tatsächlich ich beschütze sie vor den riesigen Wurm und nicht nur Wolfram kommt noch mehr wenn ich mit mir rechen will mit mir fighten heißt das hier ist noch mehr oh 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 was ist das denn es kommt es kommt es kommt fertig was ist das Blei ja ich schwöre schon wieder die Zombies Blei ist im Moment jetzt nicht mehr das wichtigste für uns weil wir fast auf Wolfram ausgerüstet sind Papa sollte jetzt hier auch einfach runter gehen können ja du bist ja super das schöne ist du bist jetzt hier unten die Frage ist doch jetzt du wie wollen wir jetzt wieder nach Hause kommen ich weiß schon wie er trinkt du trinkst deinen Erinnerungsdrank und ich mein Spiegel so jetzt ich will hier nach links ich will weiter nach Richtung ich grab mich jetzt wieder durch ich gehe hier einfach nach links oder du machst da unten weiter wo du letztens aufgehört hast und du kommst direkt in eine Höhle es kann doch nicht sein ein Herz ich hab's aber zuerst gesehen nimm's dir einer für uns muss ein Herz haben ein Herz für Zuschauer weißt du da drüben ist doch auch schon in der Höhle im Moment brauche ich nicht den Sand genau dann hast du schon 160 Lebenspunkte dann bist du schon stark das ist mal Kreuzfest und ich behalte mich nicht alles klar nächste Höhle alles klar ich grab mich wieder schön durch ach da ist schon wieder eine Höhle wie kann das denn sein wir finden einfach Höhle und da ist auch schon wieder die nächste was ist hier heute los ich vermute mal da ist dann irgendwie auch wieder ein Herz drin oder sowas sonst willst du die uns nicht anzeigen hier ist wieder was hier ist ein kleiner See aber der ist schnell ausgeflossen da haben wir nur ein Problem jetzt wenn wir da reinspringen warte mal auf das ist jetzt gar nicht jetzt wird die Sache schon komplizierter hier noch mal runter fliegt das Wasser weg und übrigens hier ist noch eine Höhle die haben wir vergessen genau hier unter mir ist eine Höhle genau hier unter mir aber hier ist genau unter mir eine Höhle ok ich hab dich noch mal rein und guck was da drinnen zu finden ist komm doch einfach zu mir ja da wo ist die hier? hier unter mir siehst du sie? da müssen wir auf eine Seite rein ich hab ein bisschen Angst dass wir da oder habe ich ein Herzblinken gesehen glaube ich ich glaube ja das war was anderes oder war es eine Vase bloß? hopp! das war einfach eine Vase kommst du auch wieder raus? schaffst du das? das schaffe ich locker warte ich muss hier das Wasser loswerden weil wir nach links weiter wollen ach da unten ist auch schon wieder die nächste Höhe aber in der waren wir auch schon drinnen glaube ich lass uns doch einfach nachschauen denn wissen die es ja ja ich würde denken da waren wir schon drinnen sieht so aus guck mal hier Schleimami fertig oh der hat sogar ein Herz getroppt der hat sogar ein Herz getroppt so wenn ich jetzt weit nach links laufe dann werde ich wahrscheinlich rein aber mach doch erstmal was zum Atmen er wird gleich von alleine das war auch gleich dürfte rein theoretisch das Wasser so tief sein genau und schon kriege ich wieder Luft und jetzt sind wir in der Höhle jawoll jawoll das sind Piranhas pass auf böse böse Fische das sind aber nur zwei so ne das interessiert mich nicht da ist die nächste da ist die nächste da links ne ja da ist die nächste Aua du die machen dich fertig da musst du aufpassen da musst du aufpassen da musst du aufpassen wenn wir zu nahe übrigens ans Verlies von unten rankommen weißt was dann passiert ach du jetzt kommen gleich die Fische zu dir ich weiß nicht das was was dann passiert dann kommt Skeletron ja kommst du da raus klappt das kommst du da raus warte ja oh oh Aua Aua ich seh ein Herz ich seh ein Herz ich muss hier aber so schnell rein ich mach mal Licht hier du darfst du auch nicht nur schleim Aua 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 wenn der jetzt hier sterne das wäre sowas von schade und Piranha ab und da sind Piranha mach ihn fertig jetzt ein Herz er dich ne nimmst du die ruhig nee ich hab doch 63 und du nur 40 ne ja aber du bist doch auch der du hast nicht so gute Rüstung wie ich okay nimmst du hier ich hab dafür einen schwachen Heil dran okay da ist ein großer Schleim jetzt gehen wir hier weiter nach links oder gehen wir hier oben weiter da oben ist doch auch noch in der Höhle guck mal warte aber egal komm mal dahin mir wurscht ich geh nach links warte pass auf ich hab nur Spinnbeben und so ein Zeug ist okay ich hab sogar einen Wolframbarren ja ja den kann man nachher zuhause in die Kisten legen und da sind eine warte du Untertitelung des ZDF, 2020